Das gucke ich an. Ich habe früher, als ich noch daheim gelebt habe, als wir nur die ersten drei Programme hatten, habe ich sehr oft abends in meinem Zimmer noch so die Filme nach Mitternacht geschaut, die so in ARD lief, meistens so ältere Filme, manchmal auch noch schwarz-weiß und so. Und die habe ich angeguckt. Da waren alles auch richtig, richtig gute Filme dabei, die man sonst überhaupt nicht gesehen hätte. Also schaut ruhig mal nachts in ARD und ZDF rein, was da so läuft. Tja, das ist zu weit entfernt. Okay. Jetzt haue ich hier schon die Viecher, dabei müsste ich die erst später dann hauen. Aber da wir hier sowieso, ich meine gut, ich könnte auch die Pilze da einsammeln, wo wir danach eigentlich hin hätten müssen an das Gewässer, aber jetzt sind wir halt hier. Meine Güte, können wir noch was Sinnvolles hier machen. Na, ihr merkt schon, das Leveln geht hier eben gemütlich vonstatten, so wie es damals war. Da leveln wir noch eine ganze Weile dran. Wie gesagt, vier, fünf Monate schätzungsweise bis 60 ist bei täglich einer Folge hoch. Aber, das ist ja so. Wir sind ja jetzt hier nicht um möglichst schnell das Leveln zu sehen, sondern um Leveln zu sehen, wie es damals war. Und über Gott und die Welt zu reden. Ja, über alle Themen, Filme, Kinder, Prostitution, Dummheit. Alles, irgendwann, alles. Manches wird auch doppelt und dreifach abgedeckt werden, weil mir dann einfach da noch was dazu einfällt oder hier noch was dazu einfällt. Und so, ja. Gott, so bin ich halt. Meine Güte. Juhu. Jubel, jubel, freu, freu. Level 18. Oh, wir haben zwei Punkte nicht mehr verteilt. Das. Äh, nein. Wird das stehen? Ja. Das. Wir wollen hier dann Gedanken schinden. In zwei Leveln haben. Weil es das schon einigermaßen nach vorne bringen wird. So, wie komme ich jetzt hier möglichst hochgesträuft durch? Ja, gute Frage. Schwimme ich rüber? Ja, komme ich, glaube ich, schwimme rüber. Und hoffe, dass ich nicht allzu viele Pullen. Weil ich möchte jetzt schon gerne, sind das Pilzspuren grün geworden? Pilzspuren, nicht Spuren. Ähm, ich möchte die schon abgeben. Die verhaltenen Angriffe können wir jetzt dann langsam abbrechen. Die ist schon grau. Die lohnt sich für uns nicht mehr wirklich. Später haben wir es eigentlich. Ein Uhr, zwei. Jubel, jubel. Frei, frei. Ein Uhr, zwei. Oder sowas. Äh, ich laufe jetzt hier. Ich warte jetzt, bis der Marodeur dann noch angreift, wenn er kommt. Kommt nicht, dann fiehre ich die mal so. Denn ich möchte mich jetzt ungern mit der einen aufhalten. Äh, gut. Keine Hände da. Ich will diesen Bluthorn-Crash erledigen. Denn wir brauchen noch Köppe. So, das ist immer meine Maxime gewesen, hier möglichst viel auf dem Weg zu erledigen. Am schönsten für mich war es immer, Verzeihung, ähm, wenn im Questlog möglichst viele Quests drin waren und daneben immer fertig gestanden ist. Und die dann alle auf einmal abgeben konnte. Ich weiß, sechs Rapturenköpfe noch. Das können wir dann jetzt noch nicht alles machen. Das müssen wir nachher dann noch machen. Wir haben ja noch ein bisschen Weg, den wir zurücklegen müssen. Mal numm drücken, damit er automatisch läuft. Das habe ich am Anfang auch nicht durch. Ich hatte schon riesige Hornhaut auf dem Finger, so vom dauernd nach vorne drücken. Ja. Ja, man lernt dazu. Niemand kommt als perfekter WoW-Spieler auf die Welt. Dürft ihr nicht vergessen. Denkt dran, wenn ihr mal wieder Neulinge trefft auf euren offiziellen Servern. Ja. Dass ihr nicht so viel, ey Kacknoob, du, bäh, 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 du weißt ja gar nichts. Roffel, roffel. Ja. Seid nett zu Neuen. Denkt dran, ihr wart auch nicht anders. Denn ihr schadet damit im Endeffekt nur dem Server. Wenn ihr es nicht seid. Denn dann sagen die, nö, komm, da habe ich doch keinen Bock, dann gehe ich wieder. Ja. Und ihr schadet nicht nur dem Server, weil er keinen Nachwuchs bekommt. Ihr schadet auch WoW damit. Ja. Denn ganz ehrlich, wenn ich ein neuer Spieler wäre und ich würde auf einen offiziellen Server kommen und würde da bloß hören, na, roffel, kack, du, du, depp. Ja, dann würde ich sagen, nee, dann spiele ich kein WoW mehr. Na. Und wenn WoW dann immer mehr Leute verliert, dann wird es irgendwann, ist irgendwann der Laden dicht. Ja, und dann könnt auch ihr nicht mehr spielen, ihr Pro-Gamer da draußen. Zumindest kein WoW mehr. Dann kommt das nächste Spiel, wo ihr dann wieder die Kack-Noobs seid. Ja. Was mir bei Wetter des Echten. Heute bin ich der Kack-Noob. So. Tja. Eigentlich läuft immer alles, ähm, was ich euch so erzähle, aufs Gleiche raus. Seid nett zu hören, Mitmenschen. So weit sie nett zu euch sind natürlich, klar. Ihr müsst jetzt zu niemandem nett sein, der euch mit dem Arsch ins Gesicht springt. Völlig klar. Aber, zuerst mal, vom Grundding aus, freundlich sein. Gott, ich werde euch niemals zeigen dürfen, wie ich PvP spiele. Sonst verliert das alles eine Gültigkeit, was ich hier erzähle. Da könnte ich ein Tutorial-Trio machen. Neu-Schimpfwort-Tutorial. Da geht er mit mir ins PvP. Lande ganz neue Schimpfworte. Aber da muss ich in meinen Videos Pieps einbauen. Piep, piep. Und ganz lange. Da könnte ich eigentlich das gesamte Battleground durchpiepen. Naja, ihr werdet es vielleicht erleben. Ich muss mal schauen. Ich hatte mir schon überlegt, aus PvP-technischen Gründen... Ähm, was macht denn der da? Ha, ha, ha. Okay, Grafikfehler wahrscheinlich. Irgendwie sowas ist der da gelandet. Wahnsinn. Ähm, aus PvP-technischen Gründen. Es gibt einen internationalen Classic-Server. Ähm, auf dem sind extrem viele Spieler drauf. Ja, halt international. Da ist wirklich alles dabei. Ich habe gesehen, spanische Gilden, schwedische Gilden. Eine deutsche Gilde dazwischen natürlich. Dann, ähm, was habe ich noch gesehen? Rumänen habe ich noch gesehen. Ja, Laulau, also ganz Europa, ja, ist da vertreten. Und, äh, da scheint ziemlich viel PvP abzugehen. Also, wenn ich euch PvP zeigen möchte, dann, äh, also klassisches PvP, dann werde ich vielleicht da noch ein Charme machen. Ach ja, da habe ich nur eine gewisse Zeit, um zu, so, sag mal, dazu kommen noch Thunder Bluff. Interessiert uns aber nicht, wir fliegen da rüber, wir haben ja einen Flugpunkt. Ja, ne, also Leveln, normales Leveln hier, wird auf diesem Server auf jeden Fall bleiben. Und genauso wie die Raid-Instanzen und die, ähm, anderen Instanzen, außer der Server, wird irgendwann explodieren, ja, oder irgendwas anderes passieren. Ja, aber solange hier nichts Gravierendes passiert, bleibe ich für das normale Zeug auf diesem Server hier. Ganz klar. Aber, PvP überlege ich mir, wobei ihr mich da dann nicht leveln sehen würdet, da würde ich dann, ähm, auf 60 Offscreen hochleveln und euch dann, wenn ich PvP mache, dann PvP dort zeigen. Allerdings nicht, also wahrscheinlich nicht mit dem Priester. Da werde ich mir dann irgendeinen anderen Charme suchen, ne. Ich meine, Priester seht ihr hier und, ähm, Druide seht ihr in BC. Und, ja, ich weiß noch nicht, was ich nehme. Ich meine, gut, vielleicht doch ein Druin, weil Druide hat schon Spaß gemacht. Gerade ein Warsong, Flagge schnappen und so weiter. Paladin wahrscheinlich eher nicht, weil, da müsste ich Allianz spielen und ich spiele, ich spiele nicht Allianz. Ich spiele höchstens Allianz, um euch mal zu zeigen, wie Allianz war. Ja, da bin ich am überlegen, ob ich euch beispielsweise in BC, wenn dann Ronocles mal auf 70 ist und am Raiden ist, ob ich euch dann noch ein Draenei beispielsweise erstelle, um euch die Draenei-Startgebiete zu zeigen und danach auch die ganzen Allianz-Festungen, ne. Ich mache ja wirklich viel für euch, ne, da draußen. Ja, muss ich gucken, je nachdem, wie ich Zeit finde. Auch deswegen wäre es praktisch, wenn ich Ronocles Offscreen auf 60 leveln würde und dann von 60 bis 70, weil dann hätte ich da wieder etwas mehr Zeit. Aber gut, ich habe das Schicksal von Ronocles, wie gesagt, auf meiner Facebook-Seite. Eine Umfrage startet, sucht einfach bei Facebook nach TigerTube, T-E-E-G-E-R und Tube, T-U-B-E. Und dann stimmt mit ab, falls ihr das hier noch seht, falls die Umfrage noch im Laufen ist, ob ich Ronocles normal weiterleveln soll mit zweifacher EP oder ob ich ihn Offscreen auf 60 schicken soll. Ja, wenn ich mit meinen Level-Let's Plays dann irgendwann mal am Ende angekommen bin, logischerweise habe ich ja nur noch die Instanzen, die ich euch zeigen kann, so Raid-Instanzen und normale Instanzen eben. Und da habe ich dann möglicherweise zwischendrin ein bisschen Luft, um euch noch mit PvP-Sachen zu versorgen. Ja, das wäre doch auch was. Schön so mit mir in Warsong sterben zusammen. Schöner sterben mit TigerTube. Jawohl. Man darf nicht vergessen, ich mache nebenher immer noch ein Offline-Projekt. Ja, Historyline habe ich noch als Retro-Projekt zusätzlich, aber Historyline läuft sowieso noch. Da habe ich sowieso noch viele Folgen. Da ist es erst mal versorgt. Und die Offline-Projekte, die sind relativ schnell gerendert, relativ schnell hochgeladen. Die brauchen nicht so viel Zeit wie die Online-Sachen. Von daher ist das auch okay. Und ja, wie gesagt, wenn ich Luft habe, kann ich euch gerne PvP anbieten. Wenn ihr das möchtet, schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr PvP mit mir sehen möchtet oder nicht. Und wenn ihr PvP sehen möchtet, was für ein PvP ihr sehen möchtet? Ob ihr Burning Crusade PvP sehen möchtet oder ob ihr klassisches PvP sehen möchtet? Diese beiden Möglichkeiten habt ihr. Da kann ich denken, warum wird es hier so kalt? Ich habe das Fenster noch auf zum Lüften. Das heißt, ich werde bald mal hier eine Unterbrechung machen und werde dann... Oh, da gibt es die Quest. Und werde dann erst mal Fenster zu machen. Dann kann ich eigentlich mal auch was essen. Stimmt. In mir regt sich ein leichtes Hungergefühl. Ganz leichtes. Dann würde ich heute auch noch mindestens zwei Folgen Harvest Neue Augen aufnehmen. Ja, 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 ja. Denn da sind wir auch so gut wie am Ende. Und, ähm, ja. Schauen wir mal. Ich habe ja hier noch genug Hildfolgen. Wie gesagt, bis ihr die hier seht, ist Harvest Neue Augen schon lang abgeschlossen. Tja. Was haben wir da? Rumstag Stolzschreiter. Und da ist die Apothekerin Zamaa. Da müssen wir hier unten rein. Ja, und ich meine, in PvP ist mir auch egal, ob ich, ob ich einen Rumän oder Spanier umhaue. Das ist mir egal, was die reden. Hauptsache, aua. So. Ah, stimmt. Ich glaube, hier kann ich gleich für HDW noch was holen. Die Schlangenflaumen, oder? Ne, bis das zu tun entscheidet. Wie jetzt? Ach so. Ja, gut, Silberwald. Nein, Quetzloch ist voll. Menno, echt jetzt. Ähm. Beeilte Angriffe brechen wir ab. Dann nehmen wir es an. Ja, ja. Clarence. Die Gansamaa. Hm, ja, ein netter Stab. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Gesundheit ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Ja, nehmen wir Gesundheit. Komm. So. Ja, Schlangenflaumen ist HDW. Genau, richtig. So. Dann sammeln wir schon mal die HDW-Quests hier zusammen. Vielleicht können wir jetzt auch in Ratchet, äh, die, die, äh... Ne, warte mal. HDW war nicht Ratchet noch. Was war, wo war denn? HDW noch. Ähm, HDW war noch oben drüber. Ach, doch, Ratchet, klar. Hier, hier mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Dingens. Ach, mit dem Dingens. Wollen wir mal wissen, dass... Ne, das ist der besser. Äh, mit dem, wie heißt denn? Oh, mit dem Rum. Genau, mit dem 99 Jahre alten Rum. Das war ein Ratchet. Genau. Und der da, ach, das ist wieder der, der, der Typ, der Stolzstreiter, das ist wieder der, ähm... Da, der Leinen-Typ. Der Ruf, Rufkerl mit dem Stoff, bei dem ich andauernd denke, das ist was, aber das ist dann nix. Ja, 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 ja. Öffnen. Ja, ich weiß. Stehen bleiben. Komm her. Stehen bleiben, um zu öffnen. So. Einnehmen. Passt. Jut. Gut. Und die können wir momentan auch gar nicht annehmen. Warte mal. Vergessene Teiche. Ach, ist schon die vergessenen Teiche. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Da geben wir dann auch eine HDW-Quest am Ende dafür. Lass uns mal schauen. Es gab hier auch noch eine HDW-Quest bei dem, bei den Druiden hinten. Wollen wir da auch mal geschön nachgucken, ob die schon verfügbar ist. Wir müssen sowieso mal schauen, was wir hier noch alles abbrechen können. Das Mondfest brechen wir ab. Das geht hier irgendwie nicht so, wie es sollte. Krieggeister, Steinkrallengebirge, das Brech auch mal ab. Ja, Kriegshimmelenschlucht, ja. Ich glaube nicht, dass die in meinem Level aufgehen wird. Kann ich mir nicht so vorstellen. Die Brech auch mal ab. Dass ich ein bisschen Platz habe. Gut. Tja, wenn ich PvP spiele, was soll ich denn in PvP spielen? Was, was, was würdet ihr denn gerne sehen? Ich habe gehört beispielsweise, dass der Hexer ganz angenehm sein soll. Oder eben, ich habe zur Klassik-Zeit noch einen Jäger gespielt. Oder eben der Druide, so schön für, für Dingens hier, für, ähm, Flaggen rumtragen und so weiter. Ich meine nicht, dass ich am Endeffekt das spiele, was ihr gerne sehen möchtet. Aber ich würde zumindest schon mal gerne eure Meinung hören. Das kann man ja machen. Ne, hier ist nur nix. Ähm, ne, den lasse ich mal. Ich fliege darüber. Wobei ich direkt... Soll ich direkt nach Ratchet? Lass mich mal überlegen. Lassen Sie mich mal überlegen, ob ich direkt nach Ratchet soll. Was haben wir denn da drüben noch? Der Reberische Harpien ist auch drüben. Ja, ja. Ja, komm, ich fliege mal nach Ratchet rüber und schaue mal, ob wir, ähm, diesen rumbekommen. Wie ist das, warte, mit Caves 17 bis 24. Wir müssten da eigentlich was bekommen. Tja. So, Berufe werde ich mit ihr hier jetzt nicht so sehr skillen. Ich habe, äh, was Schneiderei angeht, habe ich mit Todesengel schon relativ hohen Schneider. Das reicht erst mal. Äh, verzaubern muss ich mal schauen. So, ab nach Ratchet. Gut, Gold. Da haben wir noch ein bisschen was zu verkaufen. Da haben wir noch ein bisschen was zum verkaufen. Das ist alles voll. Da rein. Den können wir da rein. Die Forelle behalten wir auch mal. Vielleicht wollen wir doch kochen lernen mal. Später. Den Kesselrührstab können wir auch verkaufen. Ja. Gut. Die werden wir vielleicht für, für Auktionshausen. Mal schauen. Ist man hier noch drin? Nix. Okay. Dann können wir die dann nach da hinten rüber schieben. Die wir noch brauchen. So, das wird alles verkauft. Gut. Die Insignia habe ich dabei als, als Talisman hier. Die hatte ich früher schon mal als Talisman. Die hebe ich auf. Bis wir Level 60 sind. Latenz ist gut. Wunderbar. Kann man nicht meckern. Ich bin gespannt. Ich wollte eigentlich einen Timer dazu laufen lassen, damit ich weiß, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Ich bin mal gespannt. Ob es eine Stunde geworden ist? Ich weiß es gar nicht. Können auch nur 40 Minuten gewesen sein. Gucken wir mal. Ihr habt ja Glück, dass ich keiner der Let's Player bin, die ihre Folgen auf 15 Minuten schneiden. Und dass ich ein Let's Player bin, der seine Folgen auf 20 Minuten rum angelegt hat. Ich meine, es können mal 16 Minuten sein, aber es sind auch mal 24 Minuten. Also so die normale Folge von mir hat um die 20 Minuten. Tja, habt ihr 5 Minuten mehr als bei manch anderen. So bin ich zu euch. Die blühende Oase. Da müssen wir nachher auch noch hin, aber wir müssen erst, lassen wir mal gucken, müssen erst hier oben irgendwo hin. Also, ja gut, ihr seht die Maus hier wieder nicht. Ach, das ist blöd, dass man die Maus hier drin nicht abgreifen kann irgendwie. Ärgerlich. Aber gut, ist nichts zu ändern. Damit müsst ihr leben. Muss ich euch eben erklären, wo immer alles ist. So. Und jetzt, ja, wir schweben wieder und fliegen wieder. Gut. So. Ja, morgen Abend ist wieder Raid, liebe Freunde. Da könnt ihr dann wieder Todesengel bestaunen. Falls wir wieder einen neuen Boss legen. Wird ja jeder Boss nur einmal aufgenommen. Also die Versuche davon natürlich auch. Alles, was so dazugehört. Deswegen ist Magma da auch 15 Minuten lang. Wenn es beim ersten Mal klappt, ist natürlich auch schön. Wie jetzt bei Lucifron oder bei Baron Gheddon. Ja, kann ich sagen. Den Gheddon habt ihr auch schon gesehen, wenn die Folge hier rauskommt. Deswegen spoiler ich da nichts. Ja. Mal gucken. Vielleicht geht ja auch Onyxia mal bald auf. Dann können wir euch schön von Onyxia was zeigen. Ach, jetzt wollte ich gerade auf dem Pferd steigen. Ich habe doch gar kein Pferd. Ich wollte hier nach dem 99 Jahre alten rumgucken. Ich wüsste, wo der war. Ich wüsste, wo der war. Ich glaube, der war irgendwo. Irgendwo, wo ich jetzt gar nicht dran denke, dass er da sein könnte. Tja. Na gut, da oben ist auch ein Gasthaus. Das ist ganz praktisch zum Ach, ich wollte erst verkaufen. Ja, mal reparieren. Für viel Kupfer kann man das mal machen. Dann paffen wir mal, wenn wir noch hier sind. Gut, wir gehen jetzt mal hier in das Gasthaus. War hier nicht irgendjemand? Irgendjemand? Ne. War es zum Sitzen? Ja, haben wir. Gut, dann beende ich jetzt erst mal diese Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wünsche euch wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder hier bei mir begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und Ciao, ciao.